...drin sind, das war Lay Down, Lay Down, das waren diese wunderbaren Flower Power Geschichten und ein Lied, das mir ganz besonders gut gefällt, das singt sie heute für uns. Ich freue mich, dass sie bei uns ist. Hier ist Melanie mit Ruby Tuesday. Ah, pink. Sie würde nie sagen, wo sie kam von. Yesterday, das ist nicht wichtig, weil es ist weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I may want you, and when you change, with every new day, so I'm going to miss you. There's no time to lose. I heard her say, you've got to catch your dreams before they... Before they slip away, and we're dying, all the time. And if you lose your dreams, then you might lose your mind. Oh, yes, my fun guy, oh, goodbye. Goodbye, New Bay Tuesday. Who is going to hang? I may want you, and when you change, when you change, with every new day, so I'm going to miss you. Goodbye, New Bay Tuesday. How about everybody sing this with me? I may want you, and when you change, when you change, when you change, with every new day, so I'm going to miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. How about everybody sing this with me? Ruby Tuesday, goodbye. Come on. Ruby Tuesday. Everybody. Goodbye, Ruby Tuesday. 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 Goodbye. Thank you. Goodbye. Hallo, hallo! Hallo, hallo! Welcome Melanie, herzlich willkommen Melanie! Ja? Seht ihr? Es gibt noch Legenden, hier stehen 1,5. Wenn mir einer mit 18 gesagt hätte, irgendwann singst du mit Melanie Ruby Tuesday, hätte ich gesagt, ja, das muss erst mal passieren. Melanie, welcome! Danke! Ist irgendwann der Moment gekommen, wo du sagst, ich sing nie mehr Ruby Tuesday oder liebst du dieses Lied immer noch? Nein! Nein! Und ich glaube, es macht ganz besonders Spaß, weil du die Familie dabei hast. Das sind deine Töchter und das ist dein Sohn. Ich werde nie vergessen, ich habe auf den Platten, die ich aufgelegt habe, immer gelesen, Melanie Safka habe ich gesagt, ist das ein amerikanischer Name? Safka wahrscheinlich Oberschlesierin. Ja, ich bin dort geboren. Ja, ich bin dort geboren. Mein Vater kam aus der Ukraine und mein Mann auch. Safka ist aus der Ukraine. Melanie, wir haben dich natürlich auch als Zeitzeugin eingeladen, weil du bist eine der wenigen Künstler, die damals bei diesem legendären Woodstock Festival dabei waren und du bist die einzige, die sich noch erinnert, weil du weder betrunken noch bekifft warst. No, I will translate. I said, that's what I said in German. Melanie, we've invited you because you are one of those living legends who basically were part of Woodstock and you're the only one who remembers because you were neither drunk nor drug. That's true. So, yeah, I was never one of the cool people. Deswegen war ich auch nie eine von den coolen. Aber erinnere, sind das Momente, die man im Leben nicht vergisst? Nein, ich trage das immer mit mir. Denn ich hatte da in Woodstock ein spirituelles Erwachen. Das waren 500.000 Menschen, die mir in diesem Moment ermöglicht haben, das zu sein. Und ich hab dort Beautiful People gesungen. Wonderful People, Beautiful People und we are still around. We're still here. Dankeschön Melanie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. jatney Vielen Dank.